Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um den Smart Home Deal des Tages. Genauer gesagt geht es mal wieder um alte Bekannte, nämlich die smarten WLAN Steckdosen von Gosund. Die smartesten und kleinsten Steckdosen derzeit auf dem Smart Home Markt der Welt. Vor allen Dingen aber auch interessant, weil der letzte Deal noch gar nicht so lange her ist und diese sehr, sehr schnell ausverkauft waren. Daraufhin haben mich viele von euch angeschrieben, dass ich euch direkt informieren möchte, sobald wieder eine Aktion auf diese Steckdosen läuft. Ihr erinnert euch, die smarten WLAN Steckdosen von Gosund standardmäßig immer für 24 Euro im Doppelpack zu haben. Heute allerdings reduziert auf 23 und zusätzlich bekommt ihr nochmal 2 Euro Rabatt, wenn ihr unter dem Preis einmal den Coupon-Code anhakt. Deswegen nutzt das definitiv aus und seid schnell, wenn ihr diese Steckdosen haben wollt, bevor diese Aktion wieder endet. Link zum Deal ist einmal für euch in der Infobox drin. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Und bei Fragen gerne wie immer alles in die Kommentare oder direkt bei Telegram reinschreiben. Und ich versuche natürlich so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Gerne natürlich auch, wenn ihr Anregungen habt, immer alles in die Kommentare oder in die Gruppe schreiben. Und auch da versuche ich natürlich eure Anregungen in den nächsten Videos zu übertragen. Die smarten WLAN Steckdosen von Gosund. Wirklich eine sehr, sehr tolle Geschichte, wie ich finde. Ich persönlich habe sie überall mittlerweile schon im Einsatz gehabt und bin rundum zufrieden. Nicht nur vom Design her wirklich praktisch, sondern auch von der technischen Umsetzung. Bieten sie eigentlich alles, was man benötigt. Aber das gucken wir uns jetzt gleich einmal en Detail an. Wenn die Dinger bei euch im Doppelpack ankommen, sieht man zunächst einmal vom Design her, sind sie einfach super minimalistisch. Gerade was den Korpus angeht. Hier ist tatsächlich alles auf die Begrenzung des einzelnen Steckplatzes zugeschnitten. Gerade wenn ihr die Dinger vielleicht auch mal in einer Mehrfachsteckdose verwenden wollt, könnt ihr hier tatsächlich ohne Probleme daneben noch ein ganz normales Gerät einstöpseln, weil sie einfach nicht auskragen und weil sie dadurch nichts blockieren. Super praktisch ist dann auch, dass die Steckdosen an sich an jedem Stecker sozusagen einen Ein- und Ausschalter haben. Das heißt, ihr könnt auch komplett unsmart diese Steckdosen einfach am Gerät direkt bedienen. Was natürlich viel mehr Spaß macht, ist natürlich diese einmal smart einzuprogrammieren. Dazu einfach einmal die Gosund oder die Smart Life App nutzen und innerhalb von wenigen Sekunden könnt ihr hier schon starten. In der App selber könnt ihr dann Zeitpläne festlegen. Also ihr könnt eine klassische Zeitschaltuhr hier aktivieren. Oder, und das macht es einfach nochmal ganz, ganz besonders, ihr könnt hier ein Energiemonitoring durchführen. Das heißt, ihr seht in der App dann ganz genau, wie viel Stromverbrauch die Geräte haben, die hier eingestöpselt sind. Ebenfalls macht Gosund das natürlich super mittlerweile, dass man auf lange Zeit auch diese Diagramme auswerten kann. Das heißt, ich sehe hier auch auf lange Zeit, was kann ich an Stromverbrauch einkalkulieren, wie viel habe ich gehabt und wie ist der vielleicht auch im Vergleich zum Vorjahr. Auch das macht absolut Sinn und Spaß. Genauso Sinn und Spaß macht es natürlich, das Ganze dann auch per Sprache zu steuern. Amazon Echo, Google Home, beides natürlich kompatibel via Skill, einfach via Smart Life oder Gosund Skill einspielen. Und schon könnt ihr die Dinger auch mit Sprache ein- und ausschalten. Auch das klappt zuverlässig. Und selbstverständlich erweitert das nochmal die Funktionstätigkeit eures Smart Homes. Dadurch, dass ihr natürlich bei Amazon Echo oder beim Google Home sowohl als auch eigentlich das Ganze in die Routinen einbinden könnt. Was dann insbesondere wirklich gut ist, ist tatsächlich derzeit der Preis. Denn die Dinger sind zwar immer mal wieder zwischendurch im Deal, allerdings dann immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Und diesmal mit dem Rabattgutschein könnt ihr dann tatsächlich die 2 Euro am Ende nochmal kontrolliert sparen sozusagen. Deswegen nutzt das aus. Link zum Deal ist einmal für euch in der Infobox drin. Dort auch nochmal alle technischen Details. Und bei Fragen gerne alles in die Kommentare oder bei Telegram reinschreiben. Ich versuche so schnell wie möglich für euch zu antworten. Dass ihr natürlich noch rechtzeitig diesen Deal wahrnehmen könnt. Bis dahin hoffe ich natürlich, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch die Glocke aktivieren. Dann seid ihr mal auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.